so liebe leute herzlich willkommen zurück zu let's play ja im film ist gezwungen sind wir natürlich klar doch mein gott so die verdächtigen retten wir mal gehört glaube ich leider auch nicht dazu die drohne ich höre sie doch da so die scherbe nehmen wir uns mit ich fange gerade wieder an die video kraft so ein bisschen eine video kraft gefallen zu finden jetzt müssen wir gerade mal gucken ob ich die kurz aufdaten kann ja ich brauche kammer stufe 5 ich bleibe auch nur zwei sterben na gut dann noch mal soweit auch erledigt wir können tatsächlich mehrere mehrere welten schießen das wurde nämlich gerade so war das was ist denn da vorne da kommen wir gar nicht raus okay das ist gerade für uns sehr uninteressant ich vermute vielleicht sogar das gebiet wo wir dann augustin demnächst gegenüberstehen wir haben ja nicht mehr allzu viel zu tun wir haben ja nur noch das viertel hier also die die opz total ist ja schon weg und dann haben wir noch ein viertel das heißt wahrscheinlich nicht mehr allzu viel let's play äh die let's play folgen bis da mit dem ding hier durch sind so okay dann machen wir das mal weiter heute aber wenn wir das letzte viertel hier ist ein bisschen aus wie trump so ist ein baby debüt agent aber ich finde die ganzen graffitis immer ganz cool noch wie geil ist das denn das sieht doch fett aus 41 prozent liebe leute haben wir nur noch in dieser stadt dann haben wir es geschafft dann haben wir das ding auch erledigt so was müssen wir denn noch machen also wir haben noch ein bisschen was vor wir müssen noch eine kamera finden wir müssen noch einen agenten töten und hier oben ist noch meine audiodings und da müssen wir noch mal hin also das würde ich mir gerne noch mal holen dann weiß ich dann ist da nämlich auch feierabend wobei ich natürlich aber trotzdem immer noch die so abflug auf ja 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 wir wirklich nicht ihr habt echt ein problem irgendwie mit mir aua hallo schon vorbei so ich habe damit müsste ich jetzt auch alle meine Kräfte hochgepusht haben ich habe ja drei glaube ich die Rauch, die Video und das Ding Rauch, Video und die Neonkraft so rum ist es richtig, also es sind drei insgesamt ich gucke mal gerade wo wir jetzt hin müssen, da unten ist die Drohne eine Drohne weg, 37% nur noch ich denke, dass wir heute sogar das letzte Viertel klar machen so das machen wir da, jetzt machen wir noch nicht theoretisch wäre, könnten wir ja hier schon weitermachen das nächste Viertel einnehmen, aber abtauern ist noch nicht so auf unserer Agenda so, dann haben wir als nächstes das ist alles von nah beieinander das Audio das war mir fast klar wo ist denn die Sinde, was von denen? da Heidi, ich weiß, dass die mich nicht mögen ja, die Jungs sind jetzt ein bisschen aufgescheucht gerade würde mich aber auch, wenn ich ehrlich bin würde mich aber auch nerven wenn ich jetzt die ganze Zeit angegriffen würde angegriffen wollen würde so, 45 Meter guck mal, wie das hier oben ist ja, so okay, das müssen wir also das muss also weiter vorne sein ach Gott, nee, bitte nicht in dem Gebiet drin oder okay, da ist es nicht okay hier was diis Das war's. So, okay. Dann haben wir das soweit auch. Ich glaube noch gesamt. Ich weiß, dass das die Videokraft ist. Aber wie gesagt, mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Was habe ich gespürt? Dann holen wir uns an Agenten und dann ist hier Feierabend schon in diesem Gebiet. Dann haben wir sogar schon das vorletzte Gebiet auch komplett eingenommen, liebe Leute. Ich weiß, ich mache keine 100% Dings. Ich will nur die Gebiete einnehmen und dann können wir nachher wieder Missionen machen. Aber jetzt gehen wir jetzt mal die kleine Kamera hier suchen. Ich weiß nicht, wo sie ist. Wir werden sie gleich orten. Die ist irgendwo vor mir. Jetzt waren wir klar. Das wird wieder mit mir spielen wollte. War mir klar. Okay. So. Wir durften jetzt rein theoretisch. Warte mal. Haben wir die da? Nee, haben wir nicht. Achso, wir haben die Kamera zustellt haben. Ja, okay. Das ist hier. Ich habe die Drohne schon gesehen. Aber den kleinen Agenten, den möchte ich mir noch holen. Theoretisch könnten wir jetzt hier den Bosskampf schon machen, aber das machen wir auch noch gleich. Jetzt erstmal. Barsch, man muss ja ein bisschen Nazi sein. Hey Digga, komm mal hoch hier. Du bist gar nicht verdächtigt. Du bist ein ehrenvoller Bürger unserer Stadt. Das ist ein Mini-Shirt. Ich kann mich so gut wie gar nicht aufladen. Es fehlen immer noch zwei Dinger, ne? Einer noch, Alter. Was sind das für so kleine Mini-Dinger? Die kann ich nicht gebrauchen. So. Jetzt ist mal gut. Hier muss ich mal ein Agenten sitzen. Und zwar einer mit einer braunen Jacke und einer blauen Kapuze. Geschafft. Das war nur der eine. So. Hab ihn. Also die Drohne. Die nehmen wir auch noch ab jetzt. Bis wo die uns irgendwie auf den Sack geht. Ich weiß, dass noch hier oben eine sein müsste. Da liegt noch eine. Und auf einmal diese Stadt. Na, für Downtown. Okay, Downtown. Kann man Downtown schon mal sehen? Downtown auf 15% schon runter. Nee, Downtown war das Gebiet, ne? War das das? Nee, es war das Gebiet. Downtown auf 15% runtergeschossen. Komplett. Ich hab da gedacht, wir hätten das in Mitten oder über 30 gehabt. Also hier oben ja noch ein Spray über uns. Das müssen wir auch nochmal gucken. Ansonsten haben wir, glaube ich, soweit alles, ne? Also wie gesagt, die Drohnen muss ich nicht unbedingt alle jagen. Ich will keine 100% Let's Play machen. Und dann fehlt uns, wie gesagt, nur noch ein einziges Gebiet. Aber heute. Oder jetzt gehen wir auf den Finalkampf. Den vorletzten. Und dann schauen wir mal, wie viele harte Gegner sie noch bei uns haben. Also der letzte, der war ja schon, ui, 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 ui. Aber jetzt wollen wir natürlich hier nochmal. Und diesem widmen hier. Noch ein. Ja. Dann schicken Sie mal. Okay, ihr habt keine Lust, dass ich da oben sitze. Ja. Los, erledigt. So, ist er schon da unten? Ja. Ja. So, sind nur nur zwei, eh? Also bis jetzt haben wir so ein Problem hinbekommen. Aber wie gesagt, da können noch ein paar Überraschungen kommen. Ja, 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 ja. Na, mir klar. Wir haben sogar schon geschafft. Ey, das war doch harmlos. Der letzte davor, der war kräftiger mit allen Updown. Ach, Quatsch, Daddy Park, mein ich glaube, war das sogar. So, dauert halt fertig. Und es fehlt auch nur noch ein Gebiet. Und es fehlt auch nur noch ein Gebiet. Also dieses Gebiet hier, da war meiner Meinung nach etwas heftigere Kampf. Aber jetzt haben wir fast nur noch ein Gebiet vor uns. Aber das machen wir dann im nächsten Part, liebe Leute. Ich bin wieder durch mit meiner kleinen Aufnahmesession. Ich mache ja immer vier Folgen, um halt wirklich euch auch den, wenn ich jetzt weg bin, den Content zu bringen, den ich eigentlich haben will. Ich bin ja mal eine Woche bei meiner Freundin und alles zum anderen aus beruflichen und privaten Gründen. Ich bin ja auf dem Jobsuche auf einer neuen, beziehungsweise ich muss ein paar Sachen erledigen und dann demnächst umzugehen. Also wie gesagt, das kann auch irgendwann in den nächsten Wochen passieren, dass bei mir mal Tage, einfach mal halb Tage gar kein Video kommen. Das, wie gesagt, liegt daran, dass ich es umziehe und dann eventuell erstmal eine Weile warten muss. Und dann irgendwann wieder, wenn ich Internet habe, dann irgendwann wieder auch mit dem Let's Play anfangen werde. Seht es mir bitte dann irgendwann auch mal nach, nur dass ihr jetzt schon mal Bescheid wisst. So, ähm, das kann man, dass es nach der nächsten Aufnahmesession immer in der nächsten Woche passieren wird. Nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Gut, liebe Leute, wir haben 72% von diesem Spiel schon mittlerweile durch. Äh, das war zumindest der letzte Stand der letzten. Ich müsste, wir müssten eigentlich weit über 80 mittlerweile liegen. Ne, 77 sind es nur. Okay, dann haben wir noch ein bisschen was zu tun. Wir sind ein Viertel Venus noch und zwar Downtown, ne, Uptown. Und dann haben wir es geschafft, liebe Leute. Dann haben wir alle Viertel befreit und dann machen wir noch die Mission und dann sind wir auch bald durch mit dem Let's Play. Okay, naja, was danach kommt, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Worauf es habt ihr bockt, schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder, dann um 16 Uhr. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Infamous Second Side.